Hallöchen, ich wollte mal kurz reagieren. Ich kriege natürlich viele Fragen auf Facebook, Instagram oder über Mail. Rob, wie hältst du dich fit in dieser ungewöhnlichen Situation? Die ganze Sportwelt liegt ja auf dem Boden und wir müssen halt schauen, dass wir auch ein bisschen fit bleiben. Es ist ja auch Hochleistungssport, was wir hier betreiben und ja, ich wollte euch dann auch mal kurz zeigen, was ich mir selber so, womit ich mich selber so ein bisschen fit halte und ja, und wieder vorbereitet dann in die neue, in die schöne und unbeschwerte Welt und Zeit dann mich reinbegeben kann. Ja, bitteschön. Ja, bitteschön. Das war's. Das war's. Das war's.